So Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Kick-Blues-News und ja, fang an hier mit Chris Führig und das soll der dritte Spieler werden für den BVB vom VfB Stuttgart nach Gerassi wie auch nach Waldemar-Anton. Ich bin da gespannt, was in der Sache ist oder ist nicht und wenn Dortmund da wirklich ernst macht, wird es einen Transfer geben, dass Chris Führig zu Dortmund weg sitzt. Ja, da gehe ich mal von aus, sollte da was dran sein. Es soll eine 15 bis 20 Millionen Marke sein. Ich bin da mal gespannt, ob es wirklich so geht oder sogar bis 30. Ja, schauen wir mal, was die beiden so aushandeln werden, wenn da was kommt. Ja, wir werden es natürlich auch erfahren, auch ihr meine lieben Freunde natürlich. Ja, und wir schauen ein weiter Chris Führig zum BVB. Ja, das wäre die dritte VfB-Nummer jetzt im Dresden von Borussia Dortmund. Bin ich mal gespannt. Ja, dann der nächste Sebastian Allee. Sebastian Allee soll ja jetzt wechseln, weil wir was sie halt fix da ist beim BVB. Ja, hat eine solide Saison bis schicksalsvolle Saison hinter sich. Ja, mit dem Krebs, ja der Gott sei Dank verhalte bei Sebastian Allee. Ja, ja und dann Fassmeister, dann doch nicht Meister geworden am letzten Spieltag. Sehr, sehr emotional. Ja, kam aber zurück und traf auch direkt. Das war jedenfalls sehr, sehr emotional. Aber jetzt soll er dann für rund 18, 20 Millionen zum FC Sevilla, der dann doch Interesse zeigt, wechseln. Ich bin gespannt. Ich denke, das wird passieren. Ja, wenn da was Ernstbares kommt. Und wir sind da mal gespannt und schauen mal und lassen uns überraschen, was auf der Welt so passiert. Und dann gehen wir natürlich ein weiter und reden über Dennis Undaff. Dennis Undaff und dem ging auch viel Wirbel rum, viel dies und das und hin und her. Ja, mit Braynton immer wieder in Verhandlungszuellen. Auch da der neue Trainer, Jabba Braynton mit Fabian Hüseler war immer wieder ein... Ne, VfB Stuttgart hat die Kaufoptionen gezogen, hat ihn ja geliehen mit Kaufoptionen. Die haben sie ja dann gezogen, wie gesagt. Ja, und dann hat Braynton doch wieder ein Angebot abgegeben und ihm Dach doch zu behalten in der englischen Premier League. Wäre ein Reiz schon für Undaff, aber er hat sowas von eine super Saison. Spielt Champions League mit dem VfB Stuttgart hinter sich dann und warum auch nicht Schwaben oder Schwabe bleiben. Ja, weil Geras hier auch gewechselt ist, kann man auch jetzt natürlich dann so sehen, dass man viel auf ihn setzt. Dass das viel an Zeit für ihn ist, auch bei den Schwaben zu bleiben und da auf Torejagd zu gehen. Auch in der Champions League. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich denke, der VfB Stuttgart wird am Ende das Rennen machen. Ja, das Rennen machen, machen wird wohl am Ende auch Real Madrid und zwar bei Alphonso Davies. Haben auch Inter Mailand mal, haben auch Barcelona mal angeklöpft. Aber das Rennen wird wohl Real Madrid machen, weil Alphonso Davies nicht mehr so wirklich zurechtkommt beim FC Bayern München. Nicht mehr so die erste Wahl ist. Ja, und das gefällt den Kanadiern natürlich überhaupt nicht. Ja, aber geschützt wird er. Das ist meine Meinung. Ja, und wenn er sein Bestes gibt und spielt, kann er deutlich was sein für den FC Bayern, für den deutschen Rekordmeister. Ja, aber am Ende wird es wohl so sein, dass er nach Real geht und wenn, ist es der nächste gute Fang für Real Madrid. War der beste Fang, der war natürlich dann, ey, Kilian Mbappé, der ablösefrei vom Paris Saint-Germain nach Madrid in eine spanische Hauptstadt gewechselt ist. Und das endlich, weil er wollte schon so lange nach Real Madrid schon immer wieder einig gewesen mit Real Madrid. Davor die Saison, da davor die Saison, war er sich eh schon einig mit Real Madrid. Aber nie wollte PSG ihn abgeben für 200, auch nicht für 300 Millionen. Also war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich heftig, muss man sagen. Ja, und jetzt darf er endlich für die Königlichen auf Torejagd gehen. Ja, mit der Nummer 9 wird das tun, neben Vinicius und Rodrigo, Bellingham und Co. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Nun ist es dann natürlich endlich über die Bühne. Dann ist dann natürlich bei PSG jemand weg und dann ist es natürlich die Position frei. Und da soll dann Victor Oseman die Lücke schließen. Ja, der Top-Torjäger der Serie A bei SSC Neapel, der da Tore geschossen hat am Fließband, der viel gearbeitet hat, immer wieder für die Mannschaft und auch bewiesen hat, dass er definitiv eine Stufe höher gehen kann. Kann und das kann er für mich auch für mich einer der besten Spieler, beziehungsweise auch besten Stürmer der Welt, wie auch Kedan Mbappé. Ja, und ich bin da gespannt, ob das dann was wird. Ich denke, ja, 80 bis 100 Millionen sprechen dann eine Rolle. Ja, ich denke, es wird über die Bühne gehen. Ja, und dann sind das wieder viele schöne Transfers, die da wieder über die Bühne gehen, Leute. Eure Meinung darüber in den Kommentaren. Lasst natürlich ein Dönchen da, würde mich sehr, sehr freuen. Gern auch den Kanal abonnieren. Natürlich alles kostenlos. Ja, und dann sehen wir uns im neuen Video wieder, Leute. Bis dann. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.